Der Zweck vom Film ist ganz einfach. Wir möchten einfach junge Leute ansprechen, die ihre persönliche und ihre berufliche Entwicklung bei Geberit vorantreiben wollen. Heute sehen wir einen Imagefilm für die Geberit und wir wollen damit die Schüler ansprechen, die Ausbildung hier bei uns in der Geberit zu machen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, mal zu sehen, wie so ein Film überhaupt entsteht. Es war einfach mal eine komplett neue Erfahrung und hat sehr viel Spaß gemacht. Am meisten gefällt mir bei der Ausbildung bei Geberit, dass sie sehr abwechslungsreich ist, dass man viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat, durch Seminare oder auch gerade durch Filme. Die Jugendlichen sollten sich für eine Ausbildung bei Geberit bewerben, weil wir viel Zeit in die Ausbildung stecken und auch sehr viel Herzblut. Sie werden sehr gut betreut bei uns, arbeiten mit super Kollegen zusammen und lernen auch Spaß an der Arbeit zu haben. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.